ARD Text im Auftrag von Funk Hallo Schwester, war ich das etwa? Viel Spaß! Und wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute Kopfhörer Challenge mit dem wunderbaren Kollegen Frank Schröder. Yeah, Mr. SpongeBob. Wer möchte da anfangen? Freiwillige vor, guck mal. Ich sitze auf. Ja, einer muss sich immer opfern für den Anfang. Ja, voll. Vorsicht. Oh. Ja, die Schnur ist kürzer als man denkt. Oh. Hm? Hörst du was? Okay, also wahrscheinlich ja, gut. Ah, hat er eine Antwort? Oh, oh, das ist gemein. Synchronstudio. Ja, 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 das ist mir einfach. Synchronstudio. Synchronstudio. Denk mal hier, der Mann ist vom Fach. Yeah. Ein Ass, ein Ass, ein Ass. So, jetzt kann ich mich ja nur blamieren hier. Achso, du, du nimmst ja. Ja, ja, richtig. Ja, wala, 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 wala. So. Mhm. Mhm. Sandy Cheeks. Sandy Cheeks. Sandy Cheeks. Handy Cheeks. Ja, ich war auf Handy. Wunderbar. Ja, ich war auf Handy. Blubberblasen. Blubberblasen. Das wird was hier. Na ja, obwohl, das kann man mit den ganzen Lachis. Blubberblasen. Blubberblasen. Murmelbahn. Das ist mit den Labbis vorne, nicht? Wenn man B und M und diese ganzen Sachen macht. Blubberblasen. Blubberblasen. Bomben. Einfach so. Ja. Blubberblasen. Blumen. Moorschüssel. Es ist ja wirklich genau. Blubberblasen. Blubberblasen. Aber das ist es da gerade mit den Labbis vorne. Ja. Wenn ich da vertus, bist du bald. Richtig. Ja. Seetang. 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 Wunderbar. Nein, 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 nein. Ach so ja. Nur mal gucken. Mr. Krabs. 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 Muschelameisen. Mr. Krabs. Mr. Krabs. Mr. Krabs. Mr. Krabs. Mr. Krabs. Ja. Ja. Auch ein andermal. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh, schade. Das war's schon mit dem Video. Aber es gibt noch viele weitere Koralle-Videos. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es möchtet. Es ist auch kostenlos. Leider. Ja, das könnt ihr sehr gerne machen. Wir würden uns sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Stimmen unter Wasser. Juhu. Juhu. Juhu.